Hallo Freunde. Hallo Freunde. Der Necro hat mal wieder Mist gebaut. Ja, ja, ja. Aber er hat das nicht mit Absicht gemacht. Nein, das hat er wirklich nicht. Also er hat das nicht mit Absicht gemacht und von daher, ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich das immer noch ultrabehindert finde, dass man es einfach nicht mehr ändern kann. Dass man da nicht einfach irgendwo irgendwas machen kann, dass die wieder freundlich zu einem sind. Was weiß ich, irgendwie Opfer geben oder sowas. Ja. Tja. Was soll ich sagen? Jetzt laufe ich hier die ganze Zeit durch die Gegend und überlege, wo ich das andere Tor aufbaue. Eigentlich ist es vollkommen egal, wo du das aufbauen. Ja, das sagst du ja. Aber wenn wir das hier bei uns irgendwo aufbauen, soll es ja auch irgendwie dazu passen. Andererseits kann man es ja dann auch nachher wieder abbauen, ne. Hallo. Hallo. Ach, das ist hier. Achso, ja. Ja. Na ja, so geil finde ich das noch nicht, aber... Oh. So. So, pass auf. Ich, äh... Ich stell das Tor jetzt einfach hier erstmal irgendwo hin, ey. Komm, wenn, wenns, wenns... Wir können es ja nachher wieder abbauen. Obwohl. Ja. Wie gesagt, es ist scheißegal, wo du das hinbaust. Na ja, ich baue das jetzt erstmal hier hin. So, eins, zwei, drei, vier, ne. Vier und... Vier nach oben, oder was? Ne. Hm, 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 hm. Tja, ihr könnt ja auch in den Kommentare schreiben, wenn ihr... Playstation 4 Version von Minecraft 1, 2, 3, 4 und dann nach oben 1, 2, 3, 4, 5 ok ob es eine Möglichkeit gibt mit den Menschen da unten im Nether Frieden zu schließen Ja ich kann aber das geht nicht. Entschuldigung Leute, dass ich hier ein bisschen, ich bin auch noch da. Ja. Ich habe noch nichts gesagt, ich bin hier gerade am gucken, wie das hier so weitergeht. Ich baue eine Schaufel. Ja, ich baue eine Schaufel im Repertoire, ja, was. Was willst du mit der Schaufel? Willst du Türmchen baue? Schaufel, Schaufel, Türmchen baue. Ja, wir haben noch ein schönes Türmchen. Na geil, jetzt habe ich den Wald hier angezogen. So, das Tor steht und das Tor funktioniert. Ich habe das jetzt erstmal hier hingebaut. Ich probiere jetzt, vielleicht sollte ich erstmal das Feuerzeug zurücklegen. Aus was wird ein Feuerzeug gebaut? Zwei Eisen und Feuerstein, glaube ich. Ja, ok. Also ich bringe erstmal das Feuerzeug zurück, weil wenn ich da jetzt unten gleich wieder angegriffen werde, dann ist eh wieder Weihnachten und von daher... Ich habe ein Stück Erde, habe ich jetzt noch in meinem Inventar und ich könnte dann mit der Erde einfach drauf schlagen. Das ist doch schon mal etwas. Nun, haben sie bestimmt auch Angst. So, ab ins Nether. Wenn so ein Verrückter mit einem Haufen Erde auf mich zu darf, der hätte wirklich wirklich Angst. Alter, ich spawne echt an der gleichen Stelle. Ja, das dachte ich mir. Es greift mich keiner an, liegt aber auch daran, dass ich keinen sehe. So, da ist einer. Er sieht mich und er läuft auf mich zu. Alter, was ist denn jetzt? Alter, jetzt steht hier hinten wieder ein Tor. Alter Christus, das ist... Was ist das eigentlich verbuggt, ey? Das Tor, was ich gerade abgebaut habe, ist jetzt auch wieder da. Steht nur einen Meter weiter links. Jetzt haben wir drei Tore. Okay. Ja, was soll ich da jetzt machen? Ach, du bist doch ein Drecksack. Was denn? Da sollst du nichts machen. Ich wollte dich nur informieren. Ich werde angegriffen. Ach, leck mich doch am Arsch. Alles klar, ich bin tot. Bevor du mich killst, Alter, springe ich lieber in die Lava hier. Lava zu schwimmen. Lava zu schwimmen, ja. Um Zombieschweinezüchter zu schwimmen. Tja, das hat wohl nicht geklappt, du. Nee, überhaupt nicht. Ja, also der ist auch wieder fehlgeschlagen. Und ich bin natürlich da jetzt auch nicht gerade gut gelaunt drüber, dass ich jetzt runtergehe und eigentlich angegriffen werde von diesen ganzen Schwachmaten da unten. Ähm. Ja, ich kann es noch nicht, ja. Kann es nicht ändern. Ja, du kannst es nicht ändern. Jetzt wissen wir es ja. Das ist scheiße. Wieso haben wir denn hier so, wieso sind hier so zwei komische Fenster in unserem Turm? Das habe ich gemacht. Oh, ist ja eigentlich ganz geil. Ja, weiß ich. Das müssen wir nur in jeder Etage machen. Die schwarze Fenster, die sehen halt... Die sehen halt ganz cool, dass du diese schwarze Fenster findest. Ja, müssen wir in jeder Etage machen, cool. Ja, dazu müssen wir aber ganz viele Tintenbüsche irgendwie besorgen. Okay. Ähm. Oder töten, weil da kommt dann quasi... Ja, da ist es halt. Mhm. Ja, das brauchst du, um schwarze Fenster zu machen. Das ist, ähm, ja. Genau. Kriegst du die schwarze Farbe her. Wo kriegt man den Tintenfisch her aus dem Wasser? Musst du angeln oder was? Ne, einfach reinspringen und töten. Achso, die... Ja, das stimmt. Ich habe die ja schon mal gesehen. Ah, stimmt. Das stimmt. Und... Was ist denn hier los? Alter, jetzt ist hier auch noch ein Skelett hier unten drin, oder was? Nee, da unten bei uns im Keller. Das ist zu dunkel. Deswegen spawnen hier Viecher. Ja, ich bin jetzt dabei. Kann ich dein, äh... Deine Netherziegel rausnehmen? Oder willst du das machen wegen Level? Hm, ach... Mach du das. Was denn jetzt schon wieder, ey? Deswegen werde ich jetzt da runter gehen. Und... 1, 2, 3, 4... Ach da. Sollte erstmal reichen, glaube ich. Hatten wir nicht in der Holztruhe eigentlich mal Fackeln? Ja, ich glaube, die sind alle weg, ne? Da sind alle weg, ja. Dann nehme ich mal hier Dschungelholz. Und muss erstmal... Stöcker machen, hier. So. Dann brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Kohle, ne? Hm. Kohle. Und, äh... Wo ist denn der Mist jetzt da? Ein paar hier. Na ja, gut. Okay. So, dann kümmere ich mich jetzt mal ganz kurz darum, dass das hier unten, äh... Zack. Zack! Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Jetzt kommt er wieder weg. So, dann haben wir das nämlich auch, das ist ja auf jeden Fall ein bisschen heller unten, ich hoffe das reicht erstmal, aber sollte. Sollte, jetzt brauche ich mal eine Spitzhacke. Du solltest auch an der Decke halt irgendwie so Lampen oder sowas machen. Lampen? Ja, also, einfach so ein Klotz in der Mitte und dann an jede Kante, an jede... Achso, Fackeln von außen oder was? Genau. Mhm, okay. Aber es muss auf jeden Fall hell genug sein. Und spawnen da die ganze Zeit die Viecher und das ist voll anstrengend. Alter, hier sind drei Creeper vor unserem Haus, Alter. Ich brauche Pfeil und Bogen, ey, ohne Scheiß. Haben wir das nicht? Haben wir doch, ne? Ah, ich glaube wir haben einen Bogen. Feuerbogen. Plus eins Ambus. Plus eins Ambus, genau. Okay, ähm... Urtern." т? Pfeil? tin... ... So, jetzt ein Klotz an die Decke sagste, da können wir natürlich mal machen und ein paar Fackeln drumherum. Sicher ist sicher, ne? Würde ich sagen, machen wir noch so einen Vogel hier. Ja, reicht da einer. Einer reicht. Einer reicht und dann gehen wir hier runter. Gut. So, gut. Ach, vielleicht sollten wir auch mehrere machen, ne? Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wäre sowas. Von diesen Deckenlampen. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht reicht hier einfach, das was jetzt hier ist. Das ist bestimmt hell genug. Ja klar, reicht das. Hallo. Hallo. Oh, der Chris baut ne Treppe. Hm. Hier unten ist das auch alles noch ein bisschen wild. Ach ja, liebe Freunde, was soll ich sagen? Schon verrückt alles hier. Was kosten denn eigentlich Kisten? Kisten, da brauchen wir ganz viel Holz für, ne? Ja, nur Holz. Ganz viel ist es eigentlich. Neun Stück, glaube ich. Ja, wir brauchen ja mehrere Kisten. Ist das egal, was für ein Holz? Ähm, ja. Die sehen, glaube ich, auch alle gleich aus. Holzbretter, beliebiger Typ. Ach du Scheiße, okay. Da müssen wir mal überlegen, wie viel brauche ich denn? Viele. Ja, ah! Ja, wieder. Ganz hervorragende Antwort. Eins, zwei. Achso, nee, das sind ja vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt hier irgendwie? Elf. Elf mal vier. Wie machen wir das denn? Sind's nach, sind Nummer, äh, sind 44. Nach, äh, mathematischen Rechenbeispielen, Formeln. Ach, was rede ich eigentlich? 44 also. Was redest du denn da? Ja. In das Tor, in der Keller. So. Liebe Freunde, die Folge ist zu Ende. Liebe Freunde, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge, morgen quasi wieder. So ist es. Wenn es wieder heißt, wir bauen irgendwas. Zum Beispiel, äh, Kisten an der Wand. Alter, was hab ich denn gebaut? Ich hab Werkbänke gebaut. Ich bin so besoffen, Alter. Ja, das...